Seit sieben Jahren stelle ich hier auf diesem Kanal die verschiedensten Wundertüten vor und die meisten davon sind auch über die Zeit relativ gleich geblieben. Wundertüten sind in dem Zusammenhang jetzt eine Zusammenstellung von mehreren Magazinen zum Preis von meistens einem oder anderthalb Magazinen oder so, zumindest ungefähr der Preis, den ein normales Magazin kosten würde, nur eben dann zusammengefasst mit einem oder mehreren anderen und das Ganze eben in einem Blindbag verpackt. Und diese Wundertüten waren ein Fable von mir seit das Lego Star Wars Magazin erschienen ist, weil man so eben noch die Möglichkeit hatte, ein wenig günstiger an so manche ältere Extras ranzukommen. Und über die Zeit, wie gesagt, hat sich nicht viel verändert, sowohl bei Lego Star Wars als auch bei Lego Ninjago oder was eben noch so für Wundertüten über die Zeit erschienen sind. Das allerdings könnte sich jetzt ein bisschen ändern, denn gerade frisch erschienen bzw. vor einem halben Jahr, aber da kommen wir gleich noch zu, ist dieses gute Ding. Alle Wundertüten, die ich bis jetzt vorgestellt habe, kamen von einem bestimmten Verlag und zwar ist es der Blue Ocean Verlag, die beiden netten Wale hier unten. Und die haben über die Zeit eigentlich immer das gleiche gemacht, nur eben die Bilder auf der Tüte verändert und genau das ändert sich möglicherweise genau jetzt. Das hier ist die Five Action Tüte Nummer 1, also quasi eine Wundertüte des Five Magazins und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne das nicht unbedingt sehr gut. Ich habe es natürlich mal im Laden gesehen, aber so besonders interessiert hat es mich nicht. Wir haben immer mal so ein paar Waffen, ein paar Spielzeuge mit dabei und dann aber eben auch einen Haufen an Ninjago Karten. Und diese Wundertüte hier, die hat etwas ganz Besonderes und zwar etwas, was wir bei Lego bisher noch nicht gesehen haben. Und ich sage bewusst bisher, weil sich das eben möglicherweise demnächst ändern könnte. Wenn wir jetzt eben schon was mit Ninjago hier haben, dann könnte das, was hier passiert ist, eben auch mit anderen Wundertüten passieren. Und um das zu erklären, werfen wir mal einen Blick auf etwas komplett anderes, was sich in letzter Zeit geändert hat. Und zwar haben wir die Magazin Extras. Und diese Magazin Extras, die sahen eben auch über die Zeit komplett gleich aus. Also über sieben Jahre über die letzten hatten die hier immer die gleiche Form, sahen ungefähr ähnlich aus. Es gab natürlich ein paar andere, die immer so ein bisschen anders aussahen, aber die meisten waren eben so eine Plastikverpackung mit eben genau so einem Aufdruck und sahen dann eben alle relativ ähnlich aus, wenn man sie nebeneinander gelegt hat. Und das hat sich vor kurzem geändert, da kamen nämlich die ersten Papiertüten auf den Markt. Das hier ist zum Beispiel eine von den ersten drei Papiertüten, die rausgekommen sind, nämlich der Thanos, die zweite ja insgesamt. Und die ist einfach komplett aus Papier, hat die gleiche Größe, hat auch den gleichen Inhalt theoretisch gesehen. Also es ist natürlich nicht das gleiche, aber es sind eben Lego-Teile drin. Aber es ist eben ein Papierbeutel, also komplett gemacht eben aus Papier und da ist auch eben kein Plastik mehr mit dran. Das heißt natürlich, es gab ein paar Komplikationen, das heißt man hat eben die Möglichkeit, das Ganze auch einfacher kaputt zu machen etc. Schaut euch dann natürlich auch gerne das Video hier oben rechts an. Da habe ich das ganze Ding mal ausgetestet und geschaut, wie stabil ist dieses neue Papierpack eigentlich und kann man da zum Beispiel mit Wasser oder mit Reißen oder so irgendwas kaputt machen. Und ich glaube, ich habe es in dem Video auch tatsächlich erwähnt und zwar habe ich gesagt, ja, diese Papiertüte, die hält einiges aus. Aber ich glaube, gerade wenn so Sachen wie ganze Action-Tüten oder Wundertüten dazukommen und die plötzlich aus Papier sind, dann müssen wir uns auf irgendwas gefasst machen, zum Beispiel eben, dass Sachen im Laden aufgerissen werden. Und ja, was soll ich sagen? Genau an dem Punkt sind wir jetzt angekommen. Das hier ist nämlich die Five-Action-Tüte und damit die erste Wundertüte, die komplett, aber komplett aus Papier besteht. Ihr könnt es hier oben schon sehen, ich kann das Ganze knicken und knödeln, wie ich möchte. Und die Knicke, die bleiben einfach. Das ist nicht Plastik, was ich hier in der Hand habe, sondern komplett aus Papier gemacht. Und ich kann euch gleich ein wenig beruhigen, das hier ist nämlich nicht komplett neu. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, das hier ist eine Wundertüte, die tatsächlich schon im Mai erschienen ist. Genauer gesagt, am Dienstag, dem 10. Mai 2022, ist das Ganze eben rausgekommen. Und die liegt jetzt neuerdings auch wieder in den Regalen, allerdings wieder mal nicht bei mir. Ich habe sie wahrscheinlich damals verpasst, aber ihr seht schon, wo die ungefähr hier so ist. Das ist hier in der Nähe von Berlin, da gibt es einige. Und dann, wenn man eben weiter in Deutschland nach unten fährt, so Richtung Dresden zum Beispiel. Und dann haben wir hier unten bei Regensburg noch ganz, ganz viele und was auch immer. Also hier geht ganz schön viel ab in Deutschland, außer bei mir mal wieder. Also hier haben wir in Erfurt, Nürnberg etc. Aber Nürnberg selber ist auch nichts. Aber bei mir hier oben natürlich wieder überhaupt nichts. Das heißt, das nächste ist irgendwo in Berlin in der Nähe. Aber dass sie das damals eben schon ausgetestet haben, heißt ja zumindest, dass sie eventuell in die Richtung gehen wollen. Und das hier ist eben so die erste und bisher einzige Wundertüte aus Papier gewesen. Und ja, danach haben sie sich eben dafür entschieden, auch die Magazine-Extras eben in Papier zu verpacken. Das heißt, das hier scheint geklappt zu haben. Das heißt, möglicherweise nach dem Schritt, die hier in Papier zu verpacken, könnte es sein, dass wir demnächst auch solche hier, also die normalen Magazine in Wundertüten, komplett in Papier verpackt bekommen. Ich werde hier heute an dieser Action-Tüte keine großen Tests durchführen, einfach nur, weil es das gleiche Material ist, was wir auch schon bei den Lego-Tüten hier bekommen, also bei den Lego-Magazintüten. Der Grund, dass ich das hier übrigens in der Hand halte, ist kein geringer, als dass mir der liebe Bernd das hat zukommen lassen. Weil ihr habt es ja gesehen, bei mir in der Nähe ist gerade mal, ich glaube, Berlin das nächste. Und deswegen ganz, ganz herzlichen Dank an den lieben Bernd, der mir das hier hat zukommen lassen. Ich danke dir auf ewig. Das ist mega, mega cool. Heute wollen wir auf jeden Fall einen Blick hier drauf und natürlich reinwerfen, was da eigentlich drin ist. Was ist das Five-Magazin eigentlich? Wer das noch nicht kennt. Das Ganze kostet 4,50 Euro und es ist ein Sparpreis. Das ist auch alles, was wir hier auf dieser Tüte dann eben erkennen können. Es sind zwei Magazine mit coolen Extras, so wie wir das eben bei Lego auch bekommen, Lego Star Wars etc. Und wir bekommen auf jeden Fall 10 Ninjago-Sammelkarten und eine limitierte Ninjago-Karte plus 30 Lego-Ninjago-Kartenhüllen, was auch immer das heißen soll. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie das Five-Magazin so aufgebaut ist, aber wir sehen hier natürlich auch wieder ein paar Extras, die hier drauf sind und möglicherweise drin sein können. Ich persönlich feiere extrem diesen Minecraft-Bogen. Den hätte ich sehr, sehr gerne. Das Schwert ist auch sehr cool. Die Splash Gun ist jetzt nicht so meins. Hier vielleicht so ein Speer. Der leuchtet, glaube ich. Das ist so mein Ding. Also so was Leuchtendes. Und ich glaube, der hier leuchtet auch. Das wäre schon ziemlich cool. Also hätte ich schon gerne. Aber ich glaube, dieser Minecraft-Bogen, das ist so mein Favorit. Wenn man den auch noch schießen kann, dann bin ich aber komplett dabei. Und das Ganze für 4,50 Euro, das ist schon was ganz, ganz, ganz Besonderes. Ich würde sagen, wir packen das Ganze einmal aus und schauen natürlich auch einmal, wie leicht lässt sich das öffnen, geht irgendwas kaputt dabei. Vor allem, nachdem das jetzt ja schon über fünf Monate im Regal lag, oder beziehungsweise bei denen im Lager lag, ohne gekauft zu werden oder gekauft werden zu können. Und ich würde sagen, wir reißen das Ganze einfach mal auf. Und bei einer Papiertüte ist das natürlich immer noch mal so ein ganz besonderes Ding. Weil das natürlich dann auch immer so ein bisschen schwieriger geht. Weil man will ja auch nichts kaputt machen oder so. Aber ich gebe ganz ehrlich zu, das ist nicht mal so hart, das aufzukriegen. Also ich kann hier auch ein bisschen doller reißen. Okay, ja, schon macht das kaputt. Also man darf nicht zu doll reißen, sagt er, und macht das komplett kaputt. Und deswegen, ich mache das mal eben ganz, ganz vorsichtig auf, weil man kann sehen, wenn man zu doll reißt, dann geht das Ganze auch kaputt. Und das ist ein bisschen ärgerlich. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber man will ja auch sagen, das ist der Blue Ocean Kleber, der macht einiges kaputt. Sowohl Träume, als auch Hoffnungen, als auch Wünsche. Und ich hole jetzt einfach mal die beiden Magazine raus, die hier drin sind. Es sind Five-Magazine. Und ich habe, glaube ich, in meinem Leben bis auf Mickey Mouse Magazin Wundertüten noch nie eine andere Wundertüte geöffnet. Deswegen bin ich unglaublich gespannt, was denn hier so drin sein kann. Und auf der Rückseite können wir schon so ein bisschen erkennen, worum es sich bei dem Five-Magazin handelt. Beziehungsweise haben wir jetzt das Five-Action abgedruckt. Und dann sehen wir hier schon, es geht so ein bisschen um animierte Charaktere der verschiedensten Art. Und da gehört natürlich auch Lego Ninjago zu. Und ich würde sagen, wir drehen jetzt nicht um, sondern ich mache einfach mal hier das andere zur Seite. Das heißt, das obere zur Seite. Und wir gucken mal, was im Unteren drin ist. Ich hoffe natürlich auf meinen Bogen, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob vielleicht auch andere Extras, als die, die jetzt auf der Packung abgebildet waren, auch drin sein können. Ich nehme es mal zur Seite. Wir haben auf jeden Fall ein U-Boot. Okay, ich bin mir nicht sicher, was das genau ist oder was ich damit mache. Ich werde mal gucken mit Backpulverantrieb. Okay, das ist ziemlich cool. Hat so ein bisschen was, ja, was Chemisches auch noch dazu. Hier haben wir auf jeden Fall ein Kartenpack und eine Next Level Digi-Cole limitierte Karte. Die sollte ja auf jeden Fall mit dabei sein. Und jetzt bin ich gespannt. Hier haben wir auf jeden Fall auch ein kleines Poster, die fünf Poster. Oh mein Gott, Spider-Man ist auch mit dabei. Das sieht ja cool aus. Dann haben wir hier einen Jago-Poster. Die krassesten Bauten Lego in XXL. Hier ist noch ein Iron Man abgedrückt. Also das ist schon mal ziemlich cool. Hier haben wir einen Preis von 4,50 Euro. Also das Ding alleine, wenn man sich das gekauft hätte, sowieso, keine Ahnung wieso, dann hätte man hier jetzt eben schon sein Geld wieder raus. Und damit drehen wir auch die andere Seite einmal um und gucken rein, was denn hier so drin sein kann. Und es ist ein anderes Fives Magazin. Keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall ein paar Kartenhüllen. Ich bin mir nicht sicher, was das genau ist, diese Kartenhüllen. Aber die sind hier anscheinend irgendwie mit drin. Wir haben einen Ninjago-Kartenpack, einen Stickerpack von Ninjago Legacy. Und ich werde das Ganze mal eben kurz öffnen und mal eben reinschauen, was denn das hier eigentlich ist. Weil das interessiert mich. Diese Kartenhüllen habe ich, glaube ich, in meinem Leben noch nicht gesehen. Und ich kriege sie ja auch gar nicht raus. Vielleicht werde ich sie in meinem Leben auch einfach nicht sehen. So, eben ganz kurz befreit. Ach, nee, warte, die sind nicht durchsichtig. Was genau ist das? Oh mein Gott, man kann hier Karten reinpacken. Die sind von vorne beschriftet. Nicht beschriftet, sondern bemalt hier mit einem Ninja vorne drauf. Ich glaube, Jay müsste das sein. Dann kann man hier eine Karte reinpacken. Das ist ja ultra cool. Okay, das mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Aber ich glaube, es ist auch immer der gleiche Ninja. Ja, ja, es ist immer Jay mit drauf. Ob sich die Five-Action-Tüte jetzt wirklich lohnt, das kann ich nicht wirklich sagen, weil ich bin kein Kind. Und ich weiß nicht genau, ob man mit sowas jetzt wirklich spielen kann oder die Magazine wirklich sehr spannend sind. Da gucke ich dann nochmal rein. Was ich aber sagen kann, ist, für mich ist es sehr, sehr spannend gewesen, das zu öffnen und vor allem eben in der Hand zu haben. Deswegen herzlichen Dank nochmal an Bernd. Vor allem natürlich für die Spekulation, ob sich die normalen Lego-Niago-Tüten oder Lego, weiß nicht, Star-Wars-Tüten, die Wundertüten, jetzt auch dafür entscheiden oder ob sich Blue Ocean dazu entscheidet, die auch in Papier einzupacken und wir dann demnächst keine Plastik-Wundertüten mehr von Lego Star Wars oder von Lego-Niago bekommen, sondern eben solche Papiertüten hier, die möglicherweise auch stabil genug sind, das zu halten, wo ich aber definitiv mehr Angst hätte, dass sich irgendein Kind oder auch ein Erwachsener dann irgendwas aus dieser Wundertüte schnappt oder die dann tatsächlich im Laden schon vorher geöffnet und vielleicht wieder verschlossen werden, je nachdem, wie einfach das dann zu machen ist. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, sowohl von der Plastik-, also von dem Papier-Wundertüten-Dings oder aber auch generell davon, dass eben die Lego Star Wars-Tüten oder auch Lego-Niago-Tüten dann demnächst in Papier sein könnten. Würde mich mal sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Ansonsten schaut euch natürlich auch gerne dieses Video hier an. Da habe ich nämlich gerade die neueste Lego Star Wars Wundertüte vorgestellt und das ist sowohl die neueste, als auch eine der ältesten Lego Star Wars Wundertüten, die ich jemals auf meinem Kanal hier vorgestellt habe. Ansonsten danke ich euch ganz herzlich fürs freundliche Zuschauen. Habt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao.